So, heute ist Beauty-Tipp Nummer 3 und zwar heißt es heute Wow Wimpern. Der perfekte Augenaufschlag, das ist perfekt jetzt für den Sommer, jetzt sind wieder Fässchen, dass man wirklich sagt, okay, ich habe wirklich schöne gepflegte Wimpern. Hierfür braucht man nur zwei Produkte. Das ist einmal unser Lash Primer, der pflegt die Wimpern, ist ein durchsichtiges Pflegeprodukt. Und das kann man alleine auftragen, hat hier so eine Bürste. Ich zeige es euch in meinem Auge. Und zwar mache ich das immer so wie so ein Zickzack. Ich liebe das auch bei, wenn ich Bräuteschminke, dass einfach die Mascara viel besser hält. Es pflegt die Wimpern, es trocknet sie nicht aus. Ja, das ist ein transparentes Produkt. Also man denkt wirklich, da ist nichts drauf, aber da ist was drauf. Dann lasse ich das immer kurz so ein bisschen eintrocknen. Und dann ist die Lash Love Panorama Mascara. Das ist mein absolutes Lieblingsprodukt. Ich mag alle Mascaras von Mary Kay, aber die ist jetzt endlich fest im Sortiment und I love it. Die ist so toll, die macht wirklich super gepflegte Wimpern. Sie macht sie länger, dichter und man kann da auch mehrere Schichten auftragen. Das heißt, je mehr Schichten man aufträgt, desto voluminöser und intensiver sind die Wimpern. Das heißt, von der Form her, sieht man, das ist so wie eine Sanduhr. Ich glaube, man kann es gerade gut so sehen. Das ist wie so eine Sanduhr. Und dann geht man auch so im Zickzack. Immer wieder drüber. Und man sieht, ich habe jetzt hier an dem Auge noch gar keine Mascara drauf. Genau. Und dann kann man wieder kurz warten. Dann nochmal neu nehmen. Und wieder drüber gehen. Sie verklumpt nicht. Sie pflegt die Wimpern. Seitdem ich die Produkte nehme, habe ich ja auch nicht mehr so, dass mir die Wimpern irgendwie abbrechen oder so. Sondern es pflegt einfach das Auge. Und so sieht es dann aus. Wenn man einfach mehrmals drüber geht. Einfach mal ausprobieren. Wenn ihr mal testen wollt, sagt einfach bei mir Bescheid. Also das sind die zwei für die Wow-Wimpern.